Herzlich Willkommen bei der Max Müller AG Transport, Entsorgung, Recycling in St. Gallen. Das 1942 gegründete Familienunternehmen, damals mit elf Pferden, wird heute in der dritten Generation von Daniel Müller geführt. Das Herz der Firma, die Disposition, koordiniert täglich die Arbeiten für rund 50 Mitarbeiter. Wir liefern von der 1 Kubikmeter Minimulde bis zum 36 Kubikmeter Großcontainer. Eine große Hilfe bei Hausräumungen, Abbrucharbeiten, Umbauten, Renovationen oder Neubauten. Sowohl LKWs, Lieferwagen oder PWs können Ihre Abfälle unkompliziert und speditiv abladen. Eine umweltgerechte Verarbeitung der Materialien schließt den Kreislauf. So werden gemischte Abfälle maschinell und von Hand getrennt und weiterverarbeitet. Holz wird geschreddert und verwertet. Unsere Privatkundschaft kann sämtliche im Haushalt anfallenden Abfälle speditiv abliefern. Wir leisten einen Beitrag zur Umwelt mit der fach- und sachgerechten Entsorgung. Jegliche Sorten von Kiesmaterialien können geliefert oder abgeholt werden. Abbruchmaterial wird mit unserem Brecher zu Recyclingprodukten verarbeitet. Auch für unsere Betonproduktion wird das Recyclingkies verwendet. Unser neustes Segment ist die Annahme und Aufbereitung von Bohrschlamm. Die Spezialfahrzeuge sind täglich im Einsatz für Bau, Privat, Industrie und Gewerbe. Wir setzen auf Flexibilität von Wechselsystemen. So können Fahrzeuge vielseitig genutzt werden. Vom Küchenablauf bis zur Dachrinne, verstopfte Toilette, Kanal- und Schachtreinigung. Unsere Kanal- und Rohrreinigungsabteilung steht im Dienst für Gemeinde, Kanton, Industrie, Immobilienverwaltungen, aber auch für Private. Absaugen von Fettabscheider oder Straßen- und Garagenreinigungen. Es gibt unzählige Einsatzmöglichkeiten für diese speziellen Fahrzeuge. Neueste Saugbagger-Technologie erlaubt es uns in kürzester Zeit, Gesteinskörnungen jeglicher Art effizient abzusaugen und in unserem Recyclingcenter weiterzuverarbeiten. Max Müller AG – Transport, Entsorgung, Recycling – Ihr Ansprechpartner für Bau, Gewerbe, Industrie und Private. Von Abfallentsorgung bis Winterdienst. Müller – wie ihr sonst.